Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des Guild Wars 2 Itemshop Watches hier auf guildnews.de. Heute kümmern wir uns um die neuen Gegenstände des Patches Zwischenfall im Zwielicht und ich werde euch diese Gegenstände einmal im Itemshop präsentieren und auch ein bisschen was dazu erklären. In naher Zukunft jedoch werde ich auch wieder Dinge wie permanente Todesstöße und ähnliches einkaufen und euch in diesen Itemshop Watches hier live vorführen. Fangen wir doch zuallererst mal mit den neu dazugekommenen Frisuren an. Die erhaltet ihr nur über ein Umstyling Kit. Das heißt ihr müsst euch hier im Aha eben besagte Umstyling Kits holen, wahrweise nur das Friseur Styling Kit oder ein Komplett Umstyling Kit, wo ihr dann auch noch Körperbau und Hautfarbe und ähnliches verändern könnt. Diese Gegenstände bekommt ihr für jeweils 250 bzw. 350 Edelsteine und es sind für jede Rasse zwei neue Frisuren mit dabei. Drei neue Frisuren, Entschuldigung, lese ich gerade. Und ihr könnt euch die Galerie dazu auf guildnews.de anschauen. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, hey, was sind das für Frisuren? Jo, mein Azura könnte mal wieder eine neue gebrauchen, mein Savari auch. Doch, dann schaut auf guildnews.de nach. Wir haben eine Galerie, in der alle Bilder zu den Frisuren drin enthalten sind und ihr euch da in Ruhe anschauen könnt. Dann haben wir als weiteren neuen Gegenstand mit dabei die Sofortzurücksetzung der Eigenschaften. Das heißt, wenn ihr jetzt unterwegs seid und ihr würdet gerne eure Skillung ändern, dann könnt ihr das jetzt tun mit diesem Gegenstand hier im Aha. Es gibt noch keinen permanenten Sofortzurücksetzungsgegenstand, sondern nur einen temporären, also einen einmal benutzbaren. Der kostet dann 70 Edelsteine bzw. 5 Stück, 300 Edelsteine. Oder ihr seid mal spendabel und sagt, hey, ich hole mir direkt 25, dann sind das nur 1400 Edelsteine, die ihr dafür ausgeben müsst. Vielleicht nicht die optimale Lösung, was das Eigenschaften zurücksetzen geht, aber immerhin eine interessante Möglichkeit. Ihr müsst dazu Auto-Fight sein und ihr könnt es natürlich nicht benutzen, wenn ihr im PvP seid. Da könnt ihr die Gegenstände oder die Eigenschaften ja sowieso manuell zurücksetzen. Dann haben wir noch zwei neue Todesstöße. Einmal den Vogelscheuchen-Todesstoß und einmal den Verrückten-König-Todesstoß oder Todesstoß des Verrückten Königs. Und diese beiden Todesstöße sind schon so ein bisschen an Halloween angelehnt. Das heißt, ihr habt da wahrscheinlich dieses gruselige, dunkle Flair von dem König mit dabei bzw. von der Vogelscheuche. Das erklärt sich, glaube ich, beides so ein bisschen von selbst. Dann wurden zwei neue Mini-Pads in die Schwarzlöwentruhe gepackt. Das heißt, sowohl Kaith als auch eine holographische Scarlet können jetzt zufällig in dieser Schwarzlöwentruhe enthalten sein. Eventuell lohnt es sich also hier wieder, Schwarzlöwenschlüssel zu farmen bzw. welche hier im Itemshop zu kaufen. Ich glaube, Truhen müsste jeder inzwischen mehr als genug haben. Schlüssel hier nochmal kurz darauf hingewiesen. 125 für 1, 450 für 5 oder 2100 für 25 Schlüssel gerne auch zu verschicken an eure Freunde, Verwandte oder wen auch immer ihr da habt. Und dann nochmal zum Abschluss auch der Hinweis, dass das Miniaturen-Pack 1, das seht ihr hier, demnächst nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Das heißt, ihr habt bisher die Möglichkeit gehabt, diese Miniaturen, diese Miniaturen-Packs zu kaufen. Ihr könnt diese Miniaturen auch im Aha verkaufen, sie sind nicht Account gebunden. Und demnächst wird halt dieses Pack verschwinden. Das heißt, sie werden seltener werden bzw. sie werden halt nicht mehr mehr werden. Und ein paar werden halt über die Zeit verloren gehen, inaktive Accounts und ähnliches. Sodass der Preis auf Dauer steigen wird. Eventuell lohnt es sich also, diese Miniaturen noch einzukaufen. Zumal es zudem einen Erfolg gibt, bei dem ihr alle 40 von 50 Miniaturen besitzen müsst. Das heißt, dieses Pack hier, da sind auf jeden Fall noch ein paar interessante Dinge mit dabei. Und wenn ihr Miniatur-Liebhaber seid, dann ist das sowieso euer Ding. Zur Zeit ist auch noch das Dekord-Öl-Paket da und natürlich auch schon das Miniaturen-Pack zum zweiten Satz. Das soll es an dieser Stelle noch auch schon gewesen sein. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche, Anregungen oder sonstige Dinge habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten denkt an's liken, denkt an's abonnieren. Besucht gehtnews.de und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.